Ab in die Hülle! Und damit begehen wir uns weiter in die Hülle von The Forest. Viel Spaß! Junge, das Feuerzeug, Junge, ist auch nicht mehr... Also langsam habe ich ein bisschen Schiss hier unten. Auch nur die Zift. So, irgendwo muss ich denn hin? Ich bin grad irgendwo Vollgas davor gerannt. Ach, da muss ich sein. Nein. Sektion Maststuhl. So, und dann... Und dann da runter hüpfen oder was? Ja, ja. Du kriegst kein Schaden, ist nicht so hoch. Okay. Ich bin da, Junge. Das ist ne Halle. Das ist wahrscheinlich die Kantine oder so, schätze ich mal. So wie das hier aussieht, ja. Also, hygienisch korrekte Lagerung ist am Start. Da haben die alle Online-Kurse besucht, das sehe ich schon. Auf jeden Fall. Keine persönlichen Kurse, Junge. Ich hab die Kettensäge gefunden, verdammte Scheiße. Warte. Wie das? Hier ist die Kettensäge. Arnsthaft? Ja. Was denn hier beim nächsten Strick müssen wir auch runterhüpfen, ja? Boah, ich kotze. Bäume fällen. Ganz schnell, Bruder. Ich liebe dich und deine Hautfarbe. Geil, aber das Ding kann nur einer mitnehmen, oder? Hast du die schon mitgenommen? Wieso? Warte, jetzt nur einer. Ah, nein. Die Frage, hast du die schon mitgenommen? Ich hab die schon mitgenommen, ja. Geil, also ist die für jeden da. Geil. Also klar. Alter, Kettensägenersacker. Geil. Wie gut. Wir können die auch übrigens mit Kettensägen zerwichsen, ja. Die Kunden. Geil. Also ist praktisch auch eine Schlagwaffe. Ich latsch hier mal ein bisschen sinnlos durchs Wasser, ne? Ja, siehste. Eigentlich bin ich nochmal hier runtergegangen. Wir müssen eh weiter. Oh nein. Die Chernobyl-Babys sind hier. Washi Klaus. Alter, das sind sehr viele Chernobyl-Babys. Alter, was geht denn? Alter, das sind nur 10 Stück, Alter. Na, deswegen schnell auch die Kettensäge. Und ich komme hier. Ich bin auch da. Verpiss solche Dreckviecher. Boah. Warum so zwischen, Junge? Da kommt noch einer, noch einer von hinten. Da kommt noch einer, ist gut, Alter. Und noch 1, 2. So, vielleicht waren es auch 20. Friendly Fire, das müsste man nur ausstehen können, das wäre jetzt gut. Ja, aber das geht auch nicht, das ist so behindert. Aber es ist halt survival, ja. Du kannst dich auch gegenseitig abschlagen. Irgendwas hat mir gerade wehgetan. Aber ich sehe nichts. Wie am Berg gerade klitschte. Oh, er hat einen Zahn verloren. Sammelt die Schicht. Mein Zahn, Junge. Weiner. Ich war noch nie so geil drauf zählen. Ist ja was drin in den Kisten. Zahnfehlsimulator 2018, Alter. Schön, die Pfeffis aus dem Maulklappen, ey. Aber hier ist ein Kreuz. Achso, ich sollte vielleicht was trinken, deswegen kriege ich Schaden. Sekunde, Alter. Alter, voll die Jackie Chan Babys, wie sie am rumjumpenzen, ey. Nicht mal in den Griff, du Dreckviecher. Rundshot. Alter. Boah. Boah. Nicht gut so da, Alter. Schön ein paar wegsnacken. Ui, das ist viel hier. Eil. Gut, das ist viel, bis ich nur einen Schlaf gelaufen. Na. Da ist der Mutti aber ein paar mehr. Oh, ja. Boys, ich bin schon mal fünf Meter weiter gelaufen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist dunkel. Ich hab Angst. Wo bist du denn da hin? Hey, du stehst doch bei uns. Gut. Wie, ich steh bei euch. Du bist doch nicht weit weg, oder? Du bist wieder zurückgelaufen, oder? Ja, hier wäre, hier, hier kommen wir, hier kommen wir. Jungs, hier kommen wir was. Ich schmeiß mal Dynamit, geht mal weg da. Warte, ich will das sehen. Ja. Okay, warte, ich nehm's erst mal nur. Wie ist das? Komm. Jetzt. Wie wir alle dastehen dazu gucken. Ja, ja, kannst. Schmeiß, Junge. Zünd den Knaller. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Lass mich ab, los. Du bist so drüber im Kopf, Alter. Oh, das ist so geil. Oh, schön. Oh, das ist so geil. Es lebe ich doch gar nicht. Das fiebt doch. Und hat's was gebracht? Ach ja, da geht's durch. Ja. Nee, Fritz. Das war jetzt nur Deko. Warte, warte, bevor du runter gehst, kommen wir doch. Können wir erst nicht mal hier auf der Etage alles upchecken? Das Seil ist ein Mikrometer groß. Ja, in der Formel geht's wieder runter. Können wir erst mal eine Ebene upchecken oder nicht? Dann geht ihr zwei runter und ich mach hier mit Eiskaffee hier oben mal gucken. Jo. Ich gekommen. Gut, gehen wir runter. So. Wir gehen mal hier nach rechts weiter. Ich folge dich. Aber in der Höhle ist doch warm. Hat mir vorhin jemand erzählt. Naja, das war bestimmt nur wegen der Scheißwaffe. Also irgendeiner von euch macht da gerade den Vader und atmet übelst laut in ZZ. Kratos, ich bin dein Fucker. Scheiß Baby, Junge. Guck mal, wisch ich das Vieh nicht. Wo bist du jetzt schon weiter gerannt? Was ich hier sage? Mit dem X markiert. Zwei Meter weiter. Two old Amos. Ich sehe nichts. Mach die Klötzen auf, Junge. Hast du ne Fackel oder sowas dabei, Junge? Ich hab Munition. Der hast du doch auch eingesammelt. Der brauchst du doch nur anmachen. Ich hab keine Fackel. Achso, die Leuchtdinger meinst du? Ohne Witz. Ohne Witz. Hier atmet jemand übelst laut. Der geht mir hart auf den Sicker, Alter. Zack, Junge. Da hast du dein Licht. Geil. Oh, ähm. Ach du Scheiße, Alter. Läuft. Warte mal kurz. Hier ist ein Schlitz, Markus. Wo? Hier. Direkt hinter dir. Hinter deinem Rücken bin ich rein in den Schlitz. Ja, ich hab's gesehen. Eiskoktel. Und hier ist wieder, hier ist wieder ein Strick nach oben. Geh wir hoch. Wir stricken ab, Junge. Aufstricken. Ja, da wollen wir weiter runter, oder? Bringt ihr so was Schönes mit? Guck mal was hier oben ist. Wenn wir, wenn's hier oben raus geht wieder. Okay, okay, lass uns mal, lass uns mal auf die anderen beiden warten. Also hier unten ist ein bisschen Action mit ein paar Leuten und so. Geh mal jetzt auf die Fresse kriegen. Macht euch ein Feuer und so. Wir stimmen noch mal kurz hier oben. Oh, zurück, zurück, zurück. Oh ja, das hört sich nach was großem an. Ach, ne. Was denn? Ist der ganz Große? Okay, Feuer brennt. Bist du noch da? Hm? Ich hab jetzt drücken mal, ne? So, da ist nichts. Ja, wir brauchen Feuer. Aufriere sonst. Aufriere sonst. Irgendwo ist ein großer hässlicher Typ, da ist voll auf Nahkampf getrimmt. Der hat nicht 10 Beine, der hat nämlich 10 Arme im Gesicht. Geil. Geil. Das ist doch gar nicht. Das muss man haben. Unbedingt. Werden wir den Kampf überleben, das. Und noch mehr gibt's beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.